Hallo zusammen, ich bin der David aus Deutschland. Ich habe vor drei Jahren das Problem gehabt, dass meine Haare sehr stark angefangen haben auszufallen und ich habe vieles versucht, wie zum Beispiel die Behandlung, aber mir hat leider nichts weitergeholfen und deswegen habe ich nach langer Recherche und viel Überlegung den Schritt gewagt, eine Haartransplantation zu machen hier in Istanbul bei Hair of Klinik Hair of Istanbul und mich haben vor allem die positiven Vorher- und Nachherbilder überzeugt und die ganzen Resonanzen und dass die ganzen Kunden sehr zufrieden waren und die ganze neue körperliche Ausstrahlung hatten und die Haare sehr schön am Ende aussahen und deswegen bin ich hierhin gekommen und ich hatte einen sehr guten Eindruck. Ich bin sehr zufrieden mit der Operation, habe es mir eigentlich wirklich schlimmer vorgestellt, aber es war keine schwere Operation, ich hatte keine Schmerzen, auch die nächsten Tage wurde ich immer gut versorgt, ich hatte immer einen Ansprechpartner und auf alle Fragen wurde mir immer eine Antwort gegeben und rund ums Ganze war ich hier sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen. Besonders gut fand ich, dass ich immer einen Ansprechpartner hatte, ich hatte jemanden über WhatsApp-Kontakt, der 24 Stunden für mich erreichbar war, alle Fragen wurden geklärt und auch am Operationstag wurde ich bestens über die Operation aufgeklärt, sodass keine Fragen am Ende offen blieben. Ich bin wirklich sehr zufrieden gewesen, ich hatte auch jemanden als Deutscher, der mir die Sprache übersetzt hat, weil mein Englisch zum Beispiel nicht sehr gut ist und das hat mir auch sehr weiter geholfen und auch die Operation selbst war kein Problem. Es gab eigentlich wirklich fast kaum Schmerzen, auch die kleinen Schmerzen, die da waren, waren wirklich sehr gut auszuhalten und auch am nächsten Tag waren die Schmerzen eigentlich komplett weg. Man hat auch die nötigen Medikamente und Antibiotika dazu bekommen, die auch nochmal sehr dazu helfen. Ich bin sehr zufrieden. Medikamente und Antibiotika